Someone is waiting, just for you, spinning wheel, spinning true. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei uns in der Anstalt. Bisschen später heute, wegen Fußball, aber schön, dass Sie sich wieder haben einliefern lassen, gerade jetzt zum Auftakt vom Superwahljahr 2009. Wir haben viel zu tun. Was ist das denn für eine Begrüßung? Also jetzt mal alles, was recht ist. Was, 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 wer, wo, was sind denn dafür eine Begrüßung? Was hocken Sie denn jetzt hier schon rum? Was machen Sie da? Ich möchte verhindern, dass Sie immer mit demselben Gedudel anfangen. Dann kommen Sie raus, breiten die Arme aus, tralli, tralla, herzlich willkommen, schön, dass Sie sich haben einliefern lassen, Friede, Freude, Eierkuchen und das in einem Jahr wie diesem, das Jahr der schlechten Nachrichten. Nur weil Sie mit dem Arme ausbreiten Schwierigkeiten haben. Das ist doch noch lang kein Grund, Ihr Handicap an mir auszulassen. Was hätte ich denn sonst sagen sollen nach diesem Auftakt-Desaster von Hessen? Dann hat Sie jetzt mal zu sagen können, ein guter Start für Deutschland. 16% für die FDP. Das heißt, jeder Sechste glaubt daran, dass die Krise ausgerechnet von denjenigen bewältigt werden könnte, die den marktradikalen Auslösern der Krise Abend für Abend eine Kerze ins Fenster gestellt haben. Richtig, nicht wahr. Was das Ergebnis ist? Das bürgerliche Lager ist auf dem Weg zu einer stabilen Mehrheit, sagt Westerwelle. Ah, und mit dieser Schreckensvision im Hinterkopf hätte ich die Leute angemessen begrüßen sollen, wissend, dass statistisch an jedem zweiten Tisch eine Gruppe Volldeppen sitzt, die daran glaubt, dass in einem seit Jahren zu Recht in der Versenkung verschwundenen ehemaligen Containerbesucher wie Guido Westerwelle ein deutscher Obama schlummelt. Jetzt entschuldigen Sie mal. Herr Priol, jetzt entschuldigen Sie mal bitte. Es ist jetzt... Feiste, ideenlose, anbiedernde Erbärmlichkeit hat seit Hessen nicht nur einen Namen, sondern ein Gesicht. Jörg-Uwe Hahn, liberal glatte Doppelkinne mit grauen Schläfen und Rotzbremse unter der Nase, schicken sich an, die Ernte 2009 dessen einzubringen, deren Niedergang Sie selbst gesät haben. April. Niemand hat von Ihnen verlangt, dass Sie meinen Part übernehmen. Das halten Sie auch bis September, wenn Sie das nicht durchsehen. Mein Gott. Jetzt nehmen Sie doch mal die Hand darunter. Was? Wie? Welche Hand? Ja, die rechte. Achso, das ist... Entschuldigung. Das ist so... So weit ist es schon. Man blickt heute einfach nicht mehr durch. Weh mit wem, wann, womit. Da hindert die SPD in letzter Minute die Union daran, dass sie Unternehmen verstaatlicht, während Unionsabgeordnete schon fürchten, dass ihre Partei mit dem Slogan Freiheit und Sozialismus in den Wahlkampf zieht. Die Grünen haben neuerdings den Geist der Rosinenbomber entdeckt und werfen der CDU-Anti-Amerikanismus vor. Kein Wunder, dass ich anfange, die Rollen zu vertauschen. Ja, wissen Sie, was ich mache? Ich gehe mal nach dem Doktor gucken. Oh ja, bitte. Das ist sehr... Nein, halt! Moment! Der Arzt bin doch immer noch ich! Oder etwa eine Darwin-Hilf! Die von Darwin-Hilf, Herr Rebers, Sie sind erst später dran. Glücklich ist, wer vergisst... Das Thema Althaus kommt auch erst später dran. Das ist... Wahrscheinlich ist es... Wahrscheinlich bin ich so durch... Ich hatte mir so einen ganz fiesen Magen-Darm-Virus eingefangen. Wobei, es stimmt auch nicht. Ich war extra beim Arzt, Blutbildmann, und sagte nix. Ich habe gesagt, haben Sie irgendwie zwischen den Jahren vielleicht was Unrechtes gemacht? Und ich habe gesagt, nö, weiter nix. Ich habe die Weihnachtsansprache unseres verehrten Herrn Bundespräsidenten geguckt. Und dann an Silvester vom Fondue die Neujahrsansprache der Kanzlerin. Da hat der gelacht. Da habe ich gesagt, beide... Das hält der stärkste Gaul nicht aus. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Er hat gesagt, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Da habe ich gesagt, das weißt du wirklich nicht. Aber bis dahin ging es mir eigentlich noch ganz gut. Mitmenschlichkeit fängt im Kleinen an. Ja, Mindestlohn Ost, sechs Euro die Stunde. Vor einigen Tagen bin ich aus Afrika zurückgekehrt. Hat ein ganzer Kontinent aufgeatmet. Den meisten Menschen dort geht es wirklich schlecht. Viele hungern Tag für Tag. Nein! Doch wissen Sie was? Na? Mitten im Elend habe ich auch viel Kraft, Mut und Lebensfreude gespürt. Ja, das kennt man vom Österreicher. Bleib stets lustig und vergnügt, bis der Arsch im Kaster liegt. Oder so irgendwas, ich weiß es nicht. Ich soll Sie übrigens von Fatuma grüßen. Von wem? Einer Frau aus dem äthiopischen Hochland. Ach so. Sie hat mich gebeten, sagen Sie den Deutschen, wie dankbar wir sind. Bitte, gern geschehen. Gabriel, Entschuldigung, wir haben die falsche Matz eingespielt. Das war die Ansprache von 2004. Oh, tut mir jetzt leid, ist aber keinem aufgefallen, oder? Das war irgendwie ähnlicher. Doch, 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 2008 hat er gar nichts mehr zu Afrika gesagt. Auch sonst eher nichts. Und kaum hatte ich mich davon erholt, kam die Kanzlerin. Vertrauen auf das, was wir können, ist gerade jetzt wichtig. Und das ist nicht sehr viel. Denn es ist Ihr Geld, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das Geld der Steuerzahler, für das wir in der Politik Verantwortung tragen. Ja, ja, ne? Bis zum, sei mir, bis zum, bis zu dem Fenster, aus dem Ihr es werft. Und der Krise zeigt sich der Gemeinsinn. Ah, Privatisierung der Gewinne und Vergesellschaftung der Verluste. Und wer hat Schuld an der Krise? Die Welt hat über Ihre Verhältnisse gelebt. Oh, die Welt? Die Welt hat er da. Da hat Köhlers Fatuma aus dem äthiopischen Hochland aber gleich eine Flaschenpost geschickt. Hat gemeint, was erzählt deine Kanzlerin da für einen Mist. Aber bitte, es wird schon. Wir Deutschen haben schon ganz andere Herausforderungen gemeistert. Das stimmt. Dreier, dich überstanden zu haben, ist eine davon. Das ist so viel. Wie gesagt, wie fest. Wie fest genagelt hat sie vor dem Teleprompter geklebt. Wahrscheinlich, um ihre Politik der eingeschlafenen Hand zu demonstrieren. Na gut, danach kam der Silvester-Stadl mit Andy Borg. Da ging es mir dann wieder besser. Das war ein intellektuelles Highlight dagegen. Und jetzt schickt sich noch einer an, noch präsidialer zu wirken als alle zusammen. Da wird selbst ein Obama-Blass. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Nein, bitte. Ich werde in diesem Wahljahr auch in Ihrer Nähe sein. Das erklärt die Botschaft der Kanzlerin. 2009 wird ein Jahr der schlechten Nachrichten sein. Herr Unni, Neujahrsgrüße von unserem gefühlten Staatsoberhaupt Guido Westerwelle. So einen darf ich doch nicht ankreuzen bei der Wahl. Den muss ich ja aussieksen. Dann kommen Sie doch zu uns, nach deutschem Ost. Was? Natürlich. Wo soll ich hin? In den Osten. Im Osten geht die Sonne auf. Sag Sie, was ist denn mit Ihrer Stimme los? Die waren erst beim Logopäden. Sie reden so gequetscht. Haben Sie die Kassette von Til Schweiger verschluckt? Hören Sie, das Ostvolk hat sogar einen großen Vorteil. Wir wissen genau, wie man scheitert. Verstehen Sie? Ja, also auf in die besetzten Gebiete. Erleben Sie mit mir ein Scheitern in Würde. Können Sie mir bitte mal verraten, was ich im Osten soll? Na, wegen der FDP. Ja, mit der habe ich doch im Westen schon genug am Hals. Ja, eben. Aber im Osten gibt es so gut wie keine FDP. Ah, dafür so seltsame Menschen. Es gibt bei uns sogar Gegenden, da gibt es fast keine Menschen mehr. Aber dafür ausgezeichnete Beobachtungsfelder, für Vögel zum Beispiel. Natürlich, bitte, beobachten wir im Reich der Vögel jetzt den kleinen Eisvogel. Oder ganz aktuell unsere Trottellumme aus Mecklenburg. Nein, 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 allein der Gedanke, wie unsere Kanzlerin sich im Herbst mit dem liberalen Zugvogel nach jahrelanger Balz zur Brautschau trifft, lässt mich reiern. Schnell, schnell ins Nest. Hochverehrte Vogelfreunde, liebe Vogelbäuerinnen, lieber Vogelbauer. Werte Menschen, liebe Gäste, ich bin zutiefst dankbar. Ja, glücklich. Heute und hier über einige zeitbemessene Probleme unserer Vogelwelt sprechen zu dürfen. Denn wir alle wissen, wo der Vogel ist, da ist auch ein Problem. Viele Hobby-Onithologen schreien heute lauthals vorwärts und schnell vergessen. Aber ohne die Vergangenheit gibt es keine Zukunft. Und deshalb, liebe Vogelfreunde, rufe ich heute und hier von München aus, vorwärts zur Vergangenheit. Bitte, liebe Vogelfreunde, lieber Vogelbauer, liebe Vogelbäuerinnen, erinnern wir uns. Vor noch nicht gar nicht allzu langer Zeit wurden in unserem heimatlich angestammten Brutrevier Standvögel zu Zugvögeln. Jawohl, selbst aus Rotkehlchen wurden Mauersegler. Und heute, eine ganze Brut setzt derzeit zum totalen Sturzflug an. Millionen Vögeln werden die Flügel gestürzt oder sie dürfen nur noch Kurzstrecken fliegen. Jawohl, eine ganze Brut wird beschissen. Und sie bescheißt sich auch noch selbst. Aber wie sagte erst jüngst Walter von der Vogelweide auf seiner letzten Vogelzu- und Anstandstagung, jetzt endlich fliegt zusammen, was schon einmal zusammenflog. Und damit, liebe Vogelfreunde, widmen wir uns ganz geschickt dem Vogel des Jahres 2009, unserer Trottellumme aus Mecklenburg. Nun, meine, bitte um Aufmerksamkeit, bitte. Nun, meine neuesten Erkenntnisse über diesen flauschig-drolligen Gesellen, gewonnen in Fauna und Sauna, Flora, besagen, die Trottellumme zählt nicht unbedingt zu den schönsten und prächtigsten, aber sie ist die schwerste ihrer Art. Und deshalb erkennt der erfahrene Vogelbauer, die erfahrene Vogelbäuerin, sie anstandslos, also ohne Anstand, schon von Weitem. Woran? Nun an ihrem wundervoll gezeichneten schwarzen Kopf und dem kurz aberkräftigen Schnabel, der bei großer Hitze schon mal offen stehen kann, den Trottellummen schwitzen nie, so muss geheuchelt, gehechelt werden. Oft werde ich ja gefragt, ja, wie stellst denn du dir nun als Hobby-Onithologe einen breiten Vogelgesang hier im Vereinigten Brot-Revier vor? Gestatten Sie mir dazu, dass ich eine kurze Demonstration im Sinn einer Skizze wage. Erleben wir also auf der einen Seite die kleine Amsel aus dem Osten unseres Landes, bemüht um den Dialog. Und auf der anderen, aus dem Westteil stammend, der uns bekannte Druthan. Ich demonstriere noch einmal zum Vergleich die kleine Amsel unser Druthan. Haben Sie etwas verstanden? Ich denke, es kann also nur heißen, liebe Vogelfreunde, mit dem Vogel, für den Vogel, aber nicht durch den Vogel. Ansonsten, gute Nacht, Deutschland! Wie kann man sich nur sein ganzes Leben lang mit Vögeln beschäftigen? Naja, es gibt Schlimmeres. Bitte, Herr Priol, darf ich bitten, ja? Bitte, das bot sich an jetzt, oder? Nein, aber es ist, nein, nein, aber Vögel beobachten ist wichtig. Seit wann denn? Wollen Sie Möwenschiss am Geschmack erkennen und melden sich bei Gottschalk, oder was? Nein, nein. Durch eine intensive Beschäftigung mit der sich explosionsartig vermehrenden kanadischen Wildgans hätte das Wunder vom Hatzen vermieden werden können. Ach, diese Dingsherr, ja, das war tolle Sache, nicht? Eindrucksvolle Bilder. Ja, schon der Pilot, Chesley B. Sullenberger, der Schnaußer ihres Vertrauens, an dem könnten sich die Blindflug-Experten von der FDP mal Beispiel nehmen. Jetzt sind wir mal dran betracht. Was mich ja fasziniert, muss ich Ihnen ehrlich sagen, ist die kinetische Energie dieser Wildgans. So eine Wildgans von 5 Kilo Eigengewicht soll in der Flugzeugturbine die Sprengkraft von 500 Kilo entwickeln. Oh, das ist ein fliegender Selbstmordattentäter. Eingezäunt und zwangsgestopft, wäre sie als Foie Gras in der Business Class geflogen. Ja, das ist ein interessanter Gedanke, aber wo führt er uns hin? Keine Ahnung. Irgendwo zwischen Osama, Obama und Westerwelle halt. Ich meine, Hauptsache, es spendet uns Trost in der Krise. Ja, so wie Volker Kauder. Volker Kauder? Trost? Der? Ja, er hat die Besonderheit der Region gelobt und hat gesagt, wir fahren in der Krise auf Sicht. Oh, sehr beruhigend. Sind wir schon wieder beim Fliegen. Das macht man nur, wenn sämtliche Instrumente und Navigationshilfen ausgefallen sind. Und dann kommt der Nebel. Und Volker Kauder fährt auf Sicht. Ja, mit diesem Gedanken lasse ich sie jetzt alleine. Hätte ich an Ihrer Stimme auch gemacht. Ich hänge noch ein bisschen an dieser Graugans, wissen Sie? Das hat mich beeindruckt, dass sich unkontrolliert vermehrende Vögel da so einen riesen Hightech-Vogel zum Abschluss bringen. Vielleicht geht das auch mit Heuschrecken und so, mit anderen Tieren. Finanzheuschrecken haben Sie auch nicht, haben Sie auch gewaltig vermehrt unkontrolliert, haben Hightech-Institutionen zum Einschluss gebracht. Das ist vielleicht das Einzige, was von Müntefering bleiben wird. Die Finanzheuschrecke. Die Wortschöpfung. Gut fand ich damals übrigens auch sehr schön totes Humankapital als Begriff für Arbeitslose. Das war damals eine Wortschöpfung der Deutschen Bank. Da konnte es sich solche Sprüche noch leisten. Und jetzt haben wir ja notleidende Banken als Unwort des Jahres. Mal sehen, was nächstes Jahr kommt. Also dieses Jahr. Übrigens, ich bin der Meinung, so chaotisch, wie viele fürchten, wird das ja überhaupt nicht werden, meine Damen und Herren. Viele denken ja, in der Finanzkrise geht es drunter und drüber. Das stimmt nicht. Es geht gradlinig drunter. Nein, es geht, wenn Sie es mit etwas Abstand bedachten, es geht ganz sauber bergab, meine Damen und Herren. Manche melden Quartalsverluste, andere bevorzugen kürzere Abstände. Die Hypo Real Estate zum Beispiel kriegt seit einem halben Jahr, alle vier Wochen, einen zweistelligen Milliardenbetrag von uns. Da werden wir uns doch eine Weile dran gewöhnen müssen. Die Party ist zu Ende. Liest man immer öfter. Wobei das interessant ist, die meisten von uns hatten ja gar keine Party. Ich habe was für Sie mitgebracht, meine Damen und Herren. Ein ganz aktuelles Bild, und zwar vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und zwar, da können Sie sehen, was uns der soeben zu Ende gegangene Aufschwung gebracht hat. In diesem Diagramm, da sehen Sie die Verteilung des Nettovermögens in Deutschland Ende 2007, und zwar von den ärmsten 10 Prozent, die sind schon in den Miesen ganz links unten, bis zu den reichsten 10 Prozent. Die haben fast zwei Drittel von allem. Und die gelbe Linie da, meine Damen und Herren, das zeigt die Veränderung gegenüber 2002. Da kann man ziemlich deutlich sehen, das klare Ergebnis ist, 90 Prozent unserer Bevölkerung haben von dem Aufschwung nichts gehabt. 90 Prozent. Ich helfe Ihnen beim Lesen. Über die Hälfte der Bevölkerung hatte vor dem Aufschwung nichts, und die Habernichtse hatten auch hinterher nichts. Das knappe Drittel derjenigen, die über ein bescheidenes und kleines Vermögen verfügen, haben wir des Aufschwungs von den Vermögen drastisch verloren, genauso wie das ärmste Zehntel, die übrigens noch weiter in die Miesen gegangen sind, und die einzigen, die profitiert haben und Party hatten, waren die obersten 10 Prozent in Deutschland. Hier, dieser gelbe Punkt, zeigt, dass im gesamten Aufschwung von 2002 bis 2007 aller Zuwachs an Netto-Geldvermögen in eine einzige Gruppe gegangen ist, nämlich die obersten 10 Prozent, in einem Umfang von über 1.000 Milliarden Euro. Das Geld ist nicht verbrannt, das ist vor der Krise in Sicherheit gebracht worden. Das hat man Ihnen vergessen zu sagen. Und in derselben Zeit, meine Damen und Herren, haben Millionen deutsche Durchschnittsverdiener den Weg in die Unterschicht angetreten. Und dazu hat unsere wissenschaftlich geschulte Kanzlerin vor kurzem gesagt, der Aufschwung ist für alle da. Es gibt ein neues Grundsatzurteil, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, man darf bei klarer Sachlage auch mittlerweile gegenüber hochrangigen Politikern das Wort Dummschwätzer benutzen. Also mit Dummschwätzerin wäre sie noch gut bedient, wenn man sie so nennen würde. Wenn das, meine Damen und Herren, wenn, bedenken Sie, das ist das Ergebnis des zu Ende gegangenen Aufschwungs. Da können Sie sich vorstellen, wie Sie aussehen werden, wenn der Abschwung zu Ende ist. Nicht? Es gab etwas Interessantes in Hamburg zu beobachten vor kurzer Zeit. Und zwar in dem Theaterstück Marat, wo ist die Revolution geblieben? Da konnte man auf der Bühne des Schauspielhauses Frankfurt, Hamburg, etwas Besonderes sehen, nämlich 24 verarmte Hamburger Bürger haben im Chor die Namen der 24 reichsten Hamburger Bürger vorgetragen. Namen, Vermögen und ganz langsam zum Mitschreiben die Adresse. Beginnend bei einem Mann mit einem kleinen dreistelligen Millionenvermögen und endend bei der Familie Otto mit über 8 Milliarden. Und zwischen Arm und Reich eingeklemmt saß das bürgerliche Publikum. Das hat am Ende des Stückes über eine Viertelstunde lang applaudiert, wild wie seit Jahren nicht mehr, hat der Kommentator der Zeit geschrieben. Aber er sagte auch, der im Saal geknüpfte Empörungszusammenhang zwischen Arm und Reich, der hätte an der frischen Luft draußen wohl keine zwei Minuten gehalten. Aber er hatte das Gefühl, es war wie eine erste Übung für den Ernstfall. Da wäre ich gern dabei gewesen, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Das hätte mir sehr gut gefallen. Eine interessante Sache. Nicht? Nein. Nein. Nicht. 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 Nicht schon wieder Stauffenberg. Bitte nicht. Stauffenberg. Bitte, bitte keine Namen. Bitte keine Namen. Ich bin Scientologe. Und außerdem bin ich hier in incognito. Ach so, ja. Wollen Sie sich vielleicht setzen? Wollen Sie ablegen? Danke. Ja, aber Vorsicht. Setzen Sie sich doch. Diesmal muss es klappen. Ja, können wir Ihnen irgendwie helfen? Unbedingt. Wir brauchen jede Hand. Sehen Sie, um das klarzustellen, Kamerad. Operation Walküre ist noch nicht vollendet. Unser Deutschland ist in allergrößter Gefahr. Natürlich. Wem sagen Sie das? Das sehe ich ja genauso. An wen haben Sie denn so gedacht? Wir müssen oben anfangen, Kamerad. Und zwar ganz oben. Ja. Im Moment trainiere ich gerade für das Frühlingsfest der Volksmusik. Äh. Was? Für das Frühlingsfest beim Bundespräsidenten. In seinem Garten in Schloss Bellevue. Nein. Das geht auf keinen Fall. Aber warum? Warum nicht? Nichts im Freien und keine Baracken. Das geht nicht. Nein. Außerdem. Wir müssen systemische Institutionen angreifen, deren Liquidierung das ganze System zusammenbrechen bringt. Versehen Sie. So was wie die Lehman-Brüder-Bank oder so was. Versehen Sie. Sie haben recht. Natürlich. Und an wen haben Sie gedacht, Kamerad? Müsste mal nachdenken. Nichts. Also die, die man am liebsten erledigen würde, sind ja nicht immer die Wichtigsten. Würde übrigens auch eine Tasche nicht reichen. Ha! Ich sehe, Sie haben sich Gedanken gemacht. Wenn ich fragen darf, war das bei Ihnen auch ein Unfall mit Sprengstoff? Nein. Nein. Aber weil wir gerade dabei sind, sagen Sie, das wollte ich Sie immer schon mal wissen. Warum haben Sie sich eigentlich damals, Sie wissen schon bei der Sache nicht, selbst auch? Nun, dann sehe ich Sie ja heute nicht hier. Das ist richtig. Sehen Sie, und außerdem, ich wäre nur ein feiger Selbstmordattentäter. Und so aber bin ich doch ein... Also Sie sind ein Held. Natürlich. Also haben Sie ja noch gar nicht gesehen. Das ist interessant. Sehen Sie, mein Gewissen, mein Gewissen ist heimatlos. Aber meine Ehre, meine Ehre heißt Freude. Ja. Sagen Sie, haben Sie vielleicht Verwendung für einen wie mich in Ihrer Anstalt? Ja, unbedingt. Unbedingt. Kommen Sie, Sie sind unser Mann. Keine Frage. Bleiben Sie bei uns. Bitte reichen Sie mir die Hand. Was? Geben Sie mir die Hand, bitte. Das ist ja eine saubere Arbeit. Was? Zeh wie Leder, hart wie Kruppstall. Ja, ich kann Ihnen gelegentlich mal die Adresse geben. Soll ich Ihnen vielleicht mal schon Ihr neues Zuhause zeigen? Das wäre wunderbar, aber Sie gehen voran. Ich gehe voran, natürlich. Klar. Und eins zur Klarstellung, Kamerad. Damit es einfach einmal klar ist. Ja. Der Terror ist der Krieg des kleinen Mannes. Und der Krieg ist der Terror der Großen. Oh, Osama? Nein, Ustinov. Ach was. Das habe ich gedacht. Ja, dann kommen Sie mal lieber jetzt mit. Ich würde sagen, Heim, es reicht. Ja. Ja. Ich bin jetzt. Danke. Düster die Stimmung da dabei. Ich sage doch mal, man muss doch gerade in der Krise das Positive sehen, oder? Hä? Doch. Ja. Kaum war das Konjunkturpaket so richtig aufgeschnürt und verabschiedet. Diese Euphorie, die, nachdem Sie uns mit Geld zugeschüttet haben, die Leute waren nicht mehr zu... Ich auch, ne? Ich bin in jedem Laden, egal wo bin ich, ich will was kaufen. Ja, was darf es denn sein? Egal. Irgendwas machen Sie die Tasche voll. Ich meine, wenn alle diesem Beispiel folgen, ist es kein Wunder, dass Michel Kloos so optimistisch fränkelt, im Frühjahr kommt die Wende zum Besseren. Gut, vor einem Jahr hat er gesagt, es gibt überhaupt keinen Grund, den deutschen Banken zu misstrauen. Und neulich, beim Gaslieferstopp, hat er schon wieder orakelt, ich gehe nicht davon aus, dass deswegen die Gaspreise steigen. Also, ja, logisch, wenn kein Gas mehr kommt, ne, dann ist auch nichts mehr da, was steigen kann. Aber da haben uns die Russen aber in Angst und Schrecken versetzt, oder? Dann mit ihrem Gas, als sie uns den Hahn dazu... Also nicht der Uwe, der Hahn... Da wollte sogar die Kanzlerin vermitteln, kam es aber zu spät, weil ein anderer hinter den Kulissen schon geschoben hatte. Da muss ein Fachmann ran, ne? Ha, 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 ha. Das wird der... Das wird der ausschlachten, das ganze Jahr über. Ihr wisst ja nun, auf wen Verlass ist, ne? Nun vergesst das mal nicht, wenn im September gewählt wird. Die, 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 die SPD wird sich an diesen Strohhalm klammern, hat ja sonst nicht mehr viel, woran sie sich noch klammern kann. Die wird plakatieren lassen, überall Gerd gibt Gas. Ich sag, ehrlich, zwei Prozent, zwei Prozent sind drin. Heißt doch nicht umsonst, Gerdgas, ne? Ha, ha, ha. Nein, das haben viele noch gar nicht richtig geschnallt. Die Krise ist sehr verbraucherfreundlich. Kaum stockt die Wirtschaft, gehen die Spritpreise, wursch. Oder vor Weihnachten 95 hoch 9 der Liter Diesel. Das mit dem hoch 9 werde ich nie kapieren. Ne, aber egal. Ja, und da, da sind, da sind die Mineralölkonzerne aber nervös worden, mein lieber Freund. Wenn das so weitergeht, bewegen sich unsere Gewinne bald nur noch im dreistelligen Millionenbereich. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es kommen, das Unwort des Jahres 2009 wird sein Notleidende pumpen. Na, und aus Angst, aus Angst vor der totalen Verelendung haben dann BP, ESSO und Shell ihre Konfliktbeauftragten in den Nahen Osten geschickt. Die haben nur gemeint, ja, wir uns gehen langsam die Preiserhöhungsargumente aus. Könnt ihr es mal wieder ein bisschen krachen lassen? Naja, und da haben die einen ihre Düngemittelraketen losgeschickt. Na, und die anderen haben vor Silvester mit Bleigießen geantwortet. Und die waren sauer. Die waren sauer auf Ban Ki-moon. Und diese ständigen Resolutionen haben gemeint, wir scheißen auf die UNO. Hat das israelische Militär mit Schießen verwechselt, bisschen falsch verstanden. Na, erst mal ein paar Hilfsgüter abgefackelt. Eine UN-Schule in Grund und Boden gebombt. Na, wahrscheinlich um dem Westen zu zeigen, wie im Nahen Osten eine Bildungsoffensive aussieht. Na, und auch da, wie ne, und alle wieder überrascht haben gesagt, immer trifft es in so einem Konflikt die Zivilbevölkerung, zumal das alte Motto Frauen und Kinder zuerst auch noch missverstanden wurde. Na, jetzt gut, jetzt ist Waffenstillstand. Jetzt ist Waffenstillstand, der 118. in drei Jahren. Und da sagen schon wieder viele, was haben wir davon? Sprit. Schon mal geguckt? 99 hoch 9. Der Liter Diesel. Es geht wieder abwärts. Immer das positive Sehen. Hallo! Was ist mit Ihnen los? Die Leute sagen immer, ich bin schrill. Moment, Moment, Moment. Sie sind hier wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und ich kann auch gut verstehen, warum. Ich bin schrill, das ist alles. Nein, Sie sind hier, weil Sie das mit dieser Umweltprämie für Altautos falsch verstanden haben. Ach, ja, einen 10 Jahre alten Porsche an den Baum zu crashen, nur um die Schrottprämie zu kassieren. Das ist, das ist, das ist, das ist schrill. Das ist nicht schrill, das ist bescheuert. Ich bin der Meinung, so schrill, wie das Leben ist, kann ich überhaupt nicht werden. Das Leben, das Leben, darum geht es. Denn wir sind hier eine Anstalt mit politischem Sendungsbewusstsein. Ach was, wer sowas sucht, geht sonntags zu Anne Will, dem Rückgrat der deutschen Politiker. Wo habe ich denn Ihren Therapieentwurf hin? Früher, wenn man was verbockt hat in der Politik, fuhr man nach Genf und legte sich in eine Wanne. Heute geht man zu Anne Will. Das ist schrill. Ich guck mal, ich muss, nein, ich, ähm, ich muss mal im Archiv nachschauen, ob wir sowas wie Sie hier überhaupt schon hatten. Bitte, bis dahin tun Sie sich keinen Zwang an. Die Gedanken sind frei, aber denken Sie immer dann. Sie sind hier nur auf Bewährung, also ab in die Ecke, zum Winkel. Ich will halt Spaß haben am Leben, das ist das Problem, ich will Spaß haben. Ich bin wirklich der Meinung, so schrill wie das Leben ist, kann ich überhaupt nicht werden. Ich habe mir in der Schule ausgesucht, was ich lernen möchte. Darum saß ich ganz hinten, das war sehr praktisch. Nicht, da verstand man nicht alles. Der Lehrer kam rein und sagt, okay, wer hat gestern bei uns im Garten Äpfel geklaut, sag ich, Herr Lehrer, ganz schlechte Akustik. Ich höre hier nichts. Das glaube ich nicht, sag ich, geh mal nach hinten, ich stelle eine abendlose Frage. Jetzt saß der hinten. Wer hat gestern in der Nachhilfestunde meine Schwester gefögelt? Da sagt er, komisch, man hört hier wirklich nichts. Können Sie sich erinnern, die meisten Menschen, meine Damen und Herren, nehmen alles mit, was am Wegesrand liegt. Ich habe mir immer ausgesucht, nur das, was ich haben wollte, habe ich genommen. Mengenlehre. Haben Sie irgendwann in Ihrem Leben noch einmal Kreise und Dreiecke gebraucht? Nein. Aber alle haben vollkommen verzweifelt über diesen Blattpapier. Ich begreife das nicht. So ist es mir nie gegangen. Der Biologielehrer kommt rein mit einem Vogelkäfig, oben einen Lappen drüber. Was ist das für ein Vogel? Was ist das für eine Scheißfrage? Ich sage, ich weiß es nicht. Nimm mal den Lappen ab. Du musst an den Beinen eines Vogels erkennen können, was das für einer ist. Sag ich, habe ich da was für die Zukunft? So ein Quatsch. Schon mal einen Vogel gesehen, der mit Lappen über dem Kopf durch den Urwall fliegt? Vollkommener Blödsinn. Da hat er gesagt, wie ist dein Name? Da habe ich meine Beine gezeichnet und gesagt, rat doch mal. Ich war nicht sehr beliebt. Okay, ich gebe es zu, ich war nicht sehr beliebt in der Schule. Das war das Problem. Ehrlich. Ich bin da mit meinem Tablett in der Mensa. Wir waren ja ganztags zu ihm an den Tisch. Und da hat er gesagt, seit wann frisst das Schwein mit dem Adler? Da sage ich dann, na dann fliege ich mal an den Tisch weiter. Wissen Sie, ich mache mir das Leben einfach schön. Die Welt ist doch verstört. Wenn Sie sich heute Gehör verschaffen wollen, müssen Sie mindestens eine Nase Koks gezogen haben. Sonst kommen Sie doch nicht mehr weiter. Herr Daumen, was hat er gesagt? Schwule haben im Fußball nichts zu suchen, die blöde Sau. Was glaubt ihr wohl, wer die Netze klöppelt? Demnächst wird das Spiel angepfiffen. Da ist der Ball noch da, aber der Punkt ist weg. Die ganzen Spieler mit der Nase über den Rasen. Ich meine, das muss doch nicht sein. Und dann sagen die Leute zu mir, mach doch deutsches Kabarett. Das hat Anspruch. Finden Sie, Joschka Fischer ist im Krankenhaus. Der möchte die Geburt seiner nächsten Frau erleben. Wenn das Anspruch hat, ich weiß es ja nicht. Ist doch wahr. Wissen Sie, was mein Hobby ist, was für mich am schönsten ist? Ich muss Ihnen sagen, ich bin ja hier in Bayern. Den Bayern sterben ja die Schwulen weg und die merken es nicht. Tragisch. Sedlmayr, der war homosexuell. Natürlich war der homosexuell. Das war ein Volksschauspieler, der Werbung gemacht hat für einen Keks, der Tuk-Tuk heißt. Ich meine, das hat doch wohl alles. Mooshammer. Ich meine, welcher heterosexuelle Mann, man soll nur Gutes über Tote reden, er ist tot. Gut. Also welcher heterosexuelle Mann färbt seine Mutter Lilla ein und rennt mit der von einer Party zur anderen? Keiner. Ich war auf dieser Beerdigung, es war irrsinnig. Überall liegen Lorbeckrenze. Ich denke, wollen Sie den jetzt backen oder wollen Sie den beerdigen? Der Organist spielte so, nimm denn meine Hände. Das habe ich dann gemacht, da konnte er gar nicht mehr spielen. Ich meine, die müssen doch mal wissen, was sie tun. Neben mir stand Uschi Glas. Ich würde die nicht nehmen, sonst kriegen sie auch so einen Hals. Es wird gesagt, beim Baum jeder Ring ein Jahr. Wenn die einen Baum wird, der so viele Ringer am Hals, so alt können die gar nicht werden. Ich stand an diesem Grab, habe eine Frikadelle reingeschmissen und Uschi sagt, meinst du, der frisst die noch? Ich sage, glaubst du, der stellt deine Blumen noch ins Wasser, macht der auch nicht. Also, es war ein Irrsinn. Wir haben den Sack, wir haben den Sack fünfmal wieder raufgezogen. Ehrlich, das ist unglaublich. Aber wissen Sie, warum die Leute so schlecht drauf sind? Das ist ja das Problem. Ehrlich. Da kommst du nach Hause, dann steht in dieser Zeitung, Daisy hat den, wir haben den Mörder gefunden. Daisy hat den natürlich umgebracht. Das ist das Problem. Daisy war das. Daisy war es leid, ständig, ständig auf den Finger gesteckt, von einer Party zur anderen getragen zu werden. Die hat den umgebracht, hat sich vor die Leiche gesetzt und gesagt, so macht man eine Schleife. Aber wissen Sie, meine Damen und Herren, liebe Gäste, wissen Sie eigentlich, warum die Deutschen so betrübt sind? Weil sie einfach Papiere gekauft haben und wissen nicht, wann sie hätten verkaufen sollen. Viele wissen gar nicht, was Börse ist. Wenn Sie zwei Hühner haben und die vermehren sich und Sie haben irgendwann 100 und dann kommt eine Flut und alle sind ersoffen. Wenn Sie dann sagen, hätte ich mal Enten gekauft. Das ist Börse. Ja, irgendwie mit den Frauen, das ist ja nicht mehr, wie es mal war. Wir haben alle so Zukunftsangst neuerdings. Was wird aus mir, wenn ich mal nicht mehr bin? Das Ypsilanti-Syndrom. Ja, die Angst vor dem totalen Bedeutungsverlust. Da leidet neuerdings sogar die Kanzlerin ein bisschen drunter. Doch, wegen Obama. Obama, der stiehlt ihr ja jetzt schon die Schau. Dabei sind sie noch gar nicht gemeinsam aufgetreten. Und das wird, das wird auch noch dauern. Weil er hat ja gesagt, ich brauche Verbündete, die entschlossen handeln. Oh, oje, 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 das ist ja gar nichts für Sie. Das macht Sie überhaupt nicht, unsere fleischgewordene Konzeptionslosigkeit. Was, was hat Sie, was hat Sie beim Amtsantritt noch kryptisch gedröhnt? Wenn wir den Bürgern immer mehr Opfer abverlangen, ist es natürlich richtig und wichtig, darüber zu reden, wann der Zeitpunkt gekommen sein könnte, auch beim Staatsapparat über Verzicht nachzudenken. Ich denke da an das 13. Monatsgehalt oder die üppige Altersversorgung. Und, was ist passiert seitdem? Hä? Nix. Was macht Obama, kommt grad von der Tanzfläche und friert mal eben alle Gehälter, Beamtengehälter der Regierung über 100.000 Dollar ein. Zack, so handelt man. Handeln war nie mein Anspruch. Meine Maxime war immer da sein und da bleiben. Alles weitere regelt ein Bundesgesetz. Gut, da bleiben ist wichtig für Sie, weil was wird aus ihr, wenn Sie mal nicht mehr... Ich meine, gut, andere ehemalige Regierungschefs, die schreiben Bücher oder halten hochdotierte Vorträge, für die sie anschließend auch noch bejubelt werden. Jetzt mal ganz ehrlich, können Sie sich das bei Angela Merkel vorstellen? Na, nicht wirklich, oder? Nee. Aber Kanzlerin sein, ja, das geht. Es ist wirklich, du darfst in diesen Tagen nett nach Amerika schielen, da drehst du durch. Wenn du siehst, wie ein Obama die Massen mitreißt, wenn er sich hinstellt und meint, Amerika ist strong, da kommt bei uns nur ein verhuschtes Deutschland, ist im Kern robust und gesund. Das hat schon ein bisschen was von Osnabrück, ist eine schöne Stadt. Es ist wirklich, es ist... Stimmt, gut. Gut, es ist, ich meine, es ist, auch wenn mal irgendwann nicht mehr... Es gibt Perspektiven für gescheiterte Frauen. Doch, das wissen wir, dank RTL im Dschungel geht immer ein bisschen was. Na, Ypsilanti... Ja. Doch, es ist wirklich, es ist... Ypsilanti hat schon für die nächste Staffel gebucht. Und politisch, politisch gibt es ja immer noch die Endlagerung in Brüssel. Dorthin verklappt die CSU gerade Monika Hohlmeier. Na, ihr Straußenstalet, ein starkes Signal für Europa, hat Horst Seehofer getönt. Allerdings Monika Hohlmeier als Kultusministerin in Bayern versagt, als Bezirksvorsitzende die Münchner CSU versenkt, Stimmen gekauft, Kollegen erpresst, gelogen, als Kandidatin in Oberbayern abgehalftert und dann von den Wählern nicht mehr in den Landtag geschickt. Aber für Europa gut genug. Europa nimmt scheinbar alles. Diese Last-Exit-Strategie haben jetzt sogar die Grünen auf ihrem Parteitag für sich entdeckt. New Deal, die politische Variante der aktiven Sterbehilfe. Bütikofer kriegt jetzt auch sein Gnadenbrot, nachdem er die parteiinterne Patientenverfügung unterschrieben hat. Claudia Roth bleibt uns erhalten. Wenn die im Dschungel wäre, würde sogar noch das wildeste und hartgesottenste Gewürmreis ausnehmen. Nein, es ist wirklich, das ist Obama. Obama, du hast viel zu tun. Wir müssen noch, jetzt müssen wir aufhören, wir müssen noch ausführlich über das Konjunkturpaket reden. Oje. Ja, ich habe uns Bier mitgebracht. Ja. Nüchtern hält man das Thema gar nicht aus. Nein, besser trinken wir uns das Paketchen mal schön. Ja, lassen wir uns gleich anfangen. Wir sind spät dran. Fangen wir an mit der Abwrackprämie. Ich bin ja dafür, dass die nicht nur für Altautos gilt, sondern auch für die Erfinder der Prämie. Die SPD, wer soll denn für die noch zweieinhalbtausend Euro zahlen? Na, jetzt ziehen Sie mal nicht wieder alles gleich ins Lächerliche. Sie mühen sich ja. Ja, das war das Schlimmste, was früher bei einem im Zeugnis stehen konnte. Er hat sich bemüht. Prost. Prost. Ja. Gut, also nehmen wir den nächsten Punkt. Der uneigennützigen Kampfkraft der CSU ist es ja zu verdanken, dass die hart arbeitenden Leistungsträger... Ja, die Frühaufstehenden, nicht vergessen. Die Frühaufstehenden. Durch die Frühaufstehenden, hart arbeitenden Leistungsträger im Land durch Absenkung des Eingangsteuersatzes von 15 auf 14 Prozent entlastet werden. Ja, jetzt Moment, Moment, Moment. Die hart aufstehenden, früh leistenden Arbeitsträger werden doch davon überhaupt nicht berührt. Das war ein Zugeständnis der CSU an die Wahlklientel der SPD. Weiter nix. Ein Unterschichtenprogramm. Prost. Ja, Moment. Aber im Gegenzug hat ja die SPD auf eine Anhebung des Spitzensteuersatzes verzichtet. Das war dann ein Oberschichtprogramm. Prost. Ja, gut. Dafür kriegt die SPD jetzt ja 100 Euro einmalig für jedes Kind. Wollte aber 200. Ja, aber dann hätte doch die Union die Kfz-Steuerreform nicht gegenfinanzieren können, die sich für die Umwelt am CO2-Ausstoß orientiert. Ja, das sieht man dem Gesetz aber nicht direkt an. Nicht? Also, die sollte ja eigentlich dazu da sein, dass die Drecksschleudern ordentlich besteuert werden. Ja gut, in der Koalition muss das Klima stimmen. Was draußen passiert, geht denen sowieso am Arsch vorbei. Stimmt, ja. Prost. Und gerade mal. Was? Hm. Hat aber viel Kohlensäure, das Ding da. Muss ja ständig. Können Sie es drin behalten? Schauen Sie mal. Wenn... Gerade so. Wenn der Zahnarzt seinen Geländewagen jetzt höher besteuern lassen muss, dann könnten Sie doch nicht dafür sorgen, dass die Krankenkassenbeiträge zum 1. Juli sinken. Ja. Wieso werden die eigentlich erst zum 1. Juli gesenkt? Na ja, damit keiner merkt, dass sie dann immer noch höher sind als im letzten Jahr. Ach so. Und die Kinder bleiben letztlich auf der Strecke, nicht? 100 Euro fürs Kind? 100? Ein alter Fiesta ist der Regierung 25 Mal mehr wert als ein Kind. Ja gut, Kinder werden ja nie abgefragt. Ich meine, im Gegenteil, der heroischen Anstrengung der Großen Koalition ist es zu verdanken, dass Schüler aus sozial schwachen Verhältnissen jetzt mit 100 Euro Schulgeld ausgestattet werden. Jährlich. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Bis zum Schulabschluss? Ja, nicht ganz. Nur bis zur 10. Klasse. Ach. Warum? Um Gymnasien von Hartz-IV-Kindern zu entlasten? Hat das die SPD auch unterschieden? Ja, sie musste. Sonst hätte die Union durchgesetzt, dass für ihre begüterte Klientel, dass die die Internatskosten für ihre Elitenbratzen im Ausland hier von der Steuer absetzen können. Donnermittag. Prost. Aber, naja, das wird die Union ja dann nachholen, wenn sie bei der FDP im Bett liegt. Da sind ja die Internatler beisammen dann. Immerhin, ich sage das Gute sehen, das Konjunkturpaket sorgt jetzt dafür, dass manch eine Schule renoviert wird. Ja, das heißt also, es bedurfte erst einer Weltwirtschaftskrise, damit die Pisa-Krüppel und Hauptschüler in ihren verrotteten Schulen ein paar neue Pissoirs bekommen haben. Ist ja toll. Aber dafür haben sie es ja jetzt schön. Da können sie sich ja dann ein Sixpack holen und können sich in ihrem frisch gekachelten Klo einschließen und feiern, während sich ihre gut betuchten Klassenkameraden im Skiurlaub vergnügen. Naja gut, sicherer wäre es, weil Skifahren ist ja nicht mehr so ungefährlich, wie wir wissen. Wenn du da ohne Helm unterwegs bist, ziehst du schnell Althaus. Das geht, aber... Ja, ist gut, ja. Wie geht es ihm denn eigentlich? Oh, besser, besser. Laut neuestem Bürde nimmt er seine Umgebung jetzt wahr. Immerhin, das ist mehr, als man von den meisten Politikern erwarten kann. Althaus ist mein Stichwort. Althaus ist mein Stichwort. Was? Ich habe es gesagt. Althaus ist mein Stichwort. Was? Nein, entschuldigen Sie, wir waren gerade noch bei Konjunkturpaket. Konjunkturpaket, ich habe es dabei. Was? Das soll ein Konjunkturpaket sein? Das wird er von draußen haben, da ist gerade Sperrmüll. Sie werden schon sehen, wie das brummt. Sagen Sie mal, Ihnen geht es nicht gut, nicht? Wir sollten ihn alleine lassen. Er ist verwirrend, nicht? Diese Illusionen werden immer schlimmer. Ich war von Anfang an dagegen, so einem wie dem Freigang zu erlauben. Wie er rumläuft, wahrscheinlich hat er vor dem Friseur noch Reis ausgenommen. Da spricht der Fachmann aus Ihnen, was? Immer muss er das letzte Wort haben. Wieso? Habe ich doch keinen. Ich bin vom ADAC, ich kann alles. Ich bin das Konjunkturpaket. Ich bin auch unberührt. Ich wurde von der großen Koalition geschnürt. Oh schaut, der schöne Schutzschirm schützt. Im Dienst und auch privat. Das ist der Konjunkturmotor und der kommt jetzt in Fahrt. Ich bin das Konjunkturpaket. Ich bin eine geile Sau. Ich treibe es mit der Industrie, der Bank kommt auf den Bauch. Mein Körper ist für alle da. Von nun an geht es bergauf. Durch mich wird vieles günstiger, zum Beispiel Auto kaufen. Dann fahre ich im Ferrari durch das Labyrinth im Maisfeld. Während Asiaten warten, dass der Preis für Reisfeld. Im Baumarkt und im Schuhdiscount. Da ist der Bürger gut gelaunt. Auf jede zweite Latte gibt es ab sofort Baratte. Wer mich kritisieren will, kann nach Hause gehen. Zum Beispiel dieser Brüderle und Oskar Lafontaine. Es geht bergauf, es geht bergauf. Eine Idee nimmt ihren Lauf. Gute, mit Musik und guter Laune, gute Laune und Musik. Führe mir die Bank zum Sieg. Zum Sieg. Ich bin das Konjunkturpaket. Ich blase euch den Marsch. Wenn der Jugend tritt, ihn kommt, tritt ihn in den Arsch. Ich treib's von hinten und von vorn. Ich scheiß aus Protokoll. Ich mach hier nicht nur Marschmusik, ich kann auch Rock'n'Roll. Denn ich bin der Frau Kanzler, ihr ist ein größter Kompromiss. Jeder hat zehn Euro mehr, es ist doch kein Beschiss. Ich haue die Milliarden raus, als wär's ein Teil von dir. Hey, die Banken brauchen richtig Geld, da hört's denn nicht mehr hart hier. Ich bin das Konjunkturpaket und ich bin aus Kredit. Am Ende bleibt die Abfragprämie und das Defizit. Manchmal hab ich das Gefühl, der Motor läuft nicht richtig rund. Und ich glaub, der Fehler im System ist da der Grund. Und wenn ich heiß gelaufen bin und die Idee verpufft, da wär ich aber vorsichtig, sonst lieg ich in die Luft. Am Ende steht auf weiter Flur ein kleines Tischlein deckt dich. Und wenn du fragst, wie geht es dir? Da sagt das Tischlein, leck mich. Ha, 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 das war ein Witz. Dann kommt der letzte Lacher und dann der Kabelbrand im Herzschritt. Das war doch bestimmt Anstrengung, oder? Dann noch vielleicht ein bisschen... Tolle Sache, nicht? Ja, sehr schön. Das war gut gemacht. Aber, ich denke, Sie sollten jetzt ein bisschen aufs Zimmer gehen und sich ausruhen, nicht? Ich bin das Konjunkturpaket, ich hab mich da gebracht und wenn mich jemand sucht, ich bin auf Zimmer 100. Ja, und das können wir auch abschließen. Ich bin wieder, Fräulein, wieder schön, kann nie gleich nach Hause gehen. Ich bin das Konjunkturpaket, ich bin eine geile Sau. Ich bin mit der Industrie, das geht auf den Baum. Langsam haben wir die Bude aber voll. Ich wollte auch noch was sagen, meine Damen und Herren, auch zum Konjunkturpaket. Nein, falsch. Zur Finanzierung. Da wird ja relativ wenig drüber gesprochen. Und zwar der hessische Kandidat Thorsten Schäffer-Gümpel. Er hat sich im hessischen Wahlkampf mit einem interessanten Vorschlag blamiert. Er hat Folgendes vorgeschlagen. Kann ich meine Lieblingsgrafik nochmal haben? Ja, danke. Er hat vorgeschlagen, dass die Wohlhabenden in Deutschland, also zum Beispiel hier die obersten 10%, dass die 2% ihres Vermögens dem Staat als Darlehen leihen. 15 Jahre lang mit 2,5% Zinsen. Das würde über den Daumen gepeilt in der Tat zwischen 14 und 15 Milliarden machen. Also so das Konjunkturpaket käme dabei raus. Da war was los. Können Sie sich vorstellen, unser selbsternandes bürgerliches Lager hat ihn sofort zum Deppen erklärt. Interessant war seine eigene Partei, die SPD, hat so getan, als ob sie es gar nicht gehört hätte. Was? Hat er was gesagt? Waren wir nicht dabei? So läuft das nicht. Zwangsanleihe, das wäre ja noch schöner. Das ist ja ungeheuerlich. So hat es das in Deutschland noch nie gegeben. Nein, nein, fast. Einmal fast. In den 80er Jahren kann ich mich erinnern, da hat Helmut Kohl mal eine Wirtschaftskrise mit einer Zwangsanleihe für Betuchte erhalten. Nein, in den 90er Jahren. Da hat Schäuble auch nochmal. Und zwar zum Aufbau Ost wollte Schäuble eine Zwangsanleihe für Reiche, aber da hat sich die Union dann mit der FDP doch entschieden, lieber unsere Rentenkasse zu plündern. Ich bin mal sehr gespannt, was unsere Bedenkenträger im bürgerlichen Lager demnächst erzählen werden, wenn Obama in den USA den Spitzenseuersatz hochtreiben wird. Er wird noch ein bisschen brauchen, aber das wird er machen, weil sein Vorbild ist ja Roosevelt. Und diese große Reform damals in der Weltwirtschaftskrise, die äußerst erfolgreich war. Und Roosevelt hat genau das gemacht. Er hat den Spitzenseuersatz für die reichen Amerikas von um die 40% hochgetrieben, über 60, 70, 80 bis fast 90% vorübergehend. Und gleichzeitig die Erbschaftssteuer vorübergehend auf 45% hochgesetzt. Und das ganze Geld hat er in die Infrastruktur gesteckt, Schulen, Staatsanierung, was man so machen kann damit. Und das Ergebnis war verblüffend. Der Unterschied zwischen Arm und Reich ist dramatisch gesunken. Die Mittelschicht hat aufgeblüht und ist gewachsen, also ohne Steuersenkung, mit Steuererhöhung. Die Mittelschicht wurde größer, stark wie nie zuvor. USA hat die Krise verlassen wie kein anderes Land. Man sagt heute, das war wahrscheinlich das erfolgreichste sozialdemokratische Reformpaket aller Zeiten. Nur leider eben nicht bei uns. Obwohl das ja im Prinzip ist ja nichts anderes, wenn man sagen könnte, als Hartz IV für Reiche. Fördern und fordern. Von den untersten 10% fordern wir es auch. Könnte man es ja von den obersten auch fordern. Das wäre doch so eine simple Idee. Der Roosevelt hat das gemacht. Der hat einfach die Reichen an ihrem patriotischen Kragen gepackt. Da war keine Rede davon. Die gehen. Der hat sie festgehalten. Und es hat funktioniert. Und unsere Bedenkenträger, die schleppen sich mit jedem Schuldenpaket vor die Pressekonferenz und verlautbaren dann, wir mussten es tun, wir hatten keine andere Wahl. Das ist falsch. Die müssen eigentlich sagen, wir mussten es tun, weil die haben bald Wahl. Das steckt so dahinter. Es gibt sehr wohl, es gibt kreative Ideen. Es gibt sehr wohl Beispiele für kreative Ideen, die sowohl dem Wähler gefallen, als auch dem Staat nicht ausblünden und niemanden betrügen. In Holland gab es das. Und zwar 1653 bei dieser grandiosen Spekulationsblase mit diesen blödsinnigen Tulpenzwiebeln. Als diese Blase platzte, waren Scharen von Spekulanten, Börsianern und Bankern bankrott. Wir haben sofort staatliche Hilfe beantragt. Und dann hat ein staatliches Tribunal mit einer genialen Begründung entschieden, diese Spekulationsgeschäfte hätten stattgefunden in einem Zustand von Fieberwahn, dadurch also im Zustand der Unzurechnungsfähigkeit. Das würde unter die Spielsucht fallen und ist vom Staat nicht abgedeckt. Fertig aus. Da vorhin haben sich etliche Spekulanten vor heranbrausende Pferdekutschen geworfen. Und die Niederländische Republik ist relativ frisch wieder auf die Beine gekommen. Nur mal als Weißvieler sie sehen, dass ich auch hin und wieder für ein kleines Happy End sehr wohl zu haben bin. Sehr wohl. Es geht voran, es geht voran, der Konjunkturmotor springt an. Und mit Liedern, so wie diesen, da besiegen wir die Krisen. Ja, der Konjunkturmotor springt an. Es ist so schrill, es ist so cool, der nächste Hausminister, der ist... Der ist noch kein Außenminister und jetzt Schluss mit solchen Albträumen. Schluss. Aus. Ende. Das war Neues auf der Anstalt. Meine Damen und Herren, heute mit unseren liberalen Leistungsträgern Uwe Stoltenle, K.W. und Andreas Rehbers. Die Anstalt hat für Sie wieder geöffnet, mitten in der bernischen Zeit, schon in drei Wochen, am 17. Februar, immer direkt nach dem heutigen Wahl. Die Anstalt hat für Sie wieder geöffnet.